Warum hat die evangelische Kirche eine Bank gegründet? Weil Lernen von klein auf Sinn macht und Kinder unsere Zukunft sind. Weil Gesundheit die Basis bildet und gute medizinische Versorgung für uns alle wichtig ist. Weil Kirchen Halt geben und lebendige Gemeinden Menschen zusammenbringen. Weil jeder einzigartig und nicht anders ist und Lebensqualität bis ins hohe Alter für alle selbstverständlich sein soll. Weil wir durch unser gemeinsames Handeln Gutes bewirken. Transparent, fair und zuverlässig. Seit fast 100 Jahren sind wir die Bank für Kirche und Diakonie. Doch was macht uns aus? Wir sind eine moderne Genossenschaftsbank mit christlichen Wurzeln. All unser Tun fußt auf christlichen Werten. Unsere Eigentümer sind Kirche und Diakonie. Wir sind der Partner in allen Finanzfragen und spezialisiert auf kirchliche, diakonische und soziale Einrichtungen. Und Privatkunden, die unsere christlichen Werte teilen. Alleine in den letzten fünf Jahren haben wir über eine Milliarde Euro in die Bereiche Lebensqualität im Alter, Gesundheit, Hilfe, lebendiges Gemeindeleben, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie den privaten Wohnungsbau investiert. Dazu verwenden wir die Gelder, die Kirche und Diakonie sowie Stiftungen und Privatkunden bei uns anlegen. Wir pflegen einen fairen und vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern. Dabei setzen wir auf eine individuell abgestimmte Beratung und provisionsunabhängige Gehälter. Wir sind als Genossenschaft unabhängig deutschlandweit tätig und gehören zu den großen Banken in der genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volks- und Raiffeisenbanken. Dieser starke Verbund ermöglicht es uns, unseren Kunden professionelle und moderne Bankdienstleistungen anzubieten. Wir berichten transparent über Projekte, die wir finanzieren und erfüllen hohe Nachhaltigkeits- und Umweltstandards. Ein Beispiel ist der Nachhaltigkeitsfilter für Geldanlagen, den wir seit über zehn Jahren einsetzen. Wie zufrieden sind unsere Kunden? Unsere Kunden schätzen unsere Kontinuität, die langfristige Zusammenarbeit und unsere unabhängige Beratung. 97,2% unserer Kunden halten uns im Vergleich zu anderen Banken für gut bis sehr gut. Das spornt uns jeden Tag an, noch ein bisschen besser zu werden. Und was können wir für Sie tun? Wir sind die richtige Bank für kirchliche und diakonische Einrichtungen, Stiftungen und Privatkunden. Kommen Sie mit uns ins Gespräch, so können wir gemeinsam handeln und Gutes bewirken. Transparent, fair und zuverlässig. Wir sind die Bank für Kirche und Diakonie.